Fons Hickmann ist ein deutscher Grafikdesigner, Typograf, Autor und Professor an der Universität der Künste Berlin. Leben Hickmann studierte Fotografie und Kommunikationsdesign an der Fachhochschule Düsseldorf Ästhetik und Medienteorie in Wuppertal. Das Designstudio Fons Hickmann M23 in Berlin legt Schwerpunkte auf die Entwicklung komplexer Kommunikationssysteme, Corporate Design, Buch, Plakat, Magazin und Webdesign gewahren Fons Hickmann M23 den renommierten Wettbewerb für das Corporate Design der Kieler Woche. Seine Arbeiten waren auf allen internationalen Designbiennalen vertreten. Hickmann war bis zum Ende 2007 ordentlicher Professor an der Universität für Angewandte Kunst Wien. Ehe er ab dem Sommersemester 2007 den Lehrstuhl für Grafikdesign, Kommunikationsdesign in der Fakultät Gestaltung an der Universität der Künste Berlin übernahm, zuvor lehrte er an den Universitäten Essen und Dortmund. Er ist Mitglied im Type Directors Club New York, der AGI Alliance Graphic Internationale und dem ADCA Directors Club of Germany. Das interdisziplinäre Designlabor Bremerhaven berief Hickmann von 2006 bis 2012 in den Vorstand. Seit 2012 gehört er der Fachjury des Designpreis der Bundesrepublik Deutschland an. Die gemeinsam mit führenden deutschen Gestaltern initiierte Aktion 11 Designer für Deutschland hatte mit großem Medienecho das Bewusstsein für Grafikdesign in die Öffentlichkeit getragen und das nach Ansicht der Initiatoren peinliche Logo der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 in Deutschland zu verhindern. Fons Hickmann und sein Studio wurde eingeladen bei der Eröffnung des weltweit ersten Museums für Grafikdesign, Grafikdesign Museum in Breda, auszustellen. Die Ausstellung European Championship of Graphic Design wurde am 11. Juni 2008 von der niederländischen Königin Beatrix eröffnet. Das Berliner Studio von Sickmann M23 zählt zu den renommiertesten weltweit und erhielt über 200 international relevante Auszeichnungen U.A.R. Golden Bee Award, Moskau, Eiffel Award in Gold, ADC Award von Deutschland, Europa und den USA, Litte Award in Gold, den Josef Binder Award in Gold. Silber und Bronze ehrte die triennale Trava von Sickmann für sein Gesamtwerk mit dem Master Sci Award. Zunehmend widmet sich Fons Hickmann der Herausgabe von Fachliteratur zu unterschiedlichsten Wissensgebieten von Fotografie über Medienteorie bis Fußball- und Popkulturellen Erscheinungen, Publikationen, Publikationen von oder über Fons Hickmann-Anschlag Berlin-Seitgeist-Medium-Plakat. Das beste Spiel aller Zeiten. Ästhetik und Amp-Kommunikation. Als ob produktive Fiktionen. Taschenlexikon der Angst. Beyond Graphic Design. Klasse von Sickmann. Fons Hickmann, Touch Me Adair, DGV-Gestalten Verlag Berlin, London 2005, ISBN 3-8955-079-X. Fons Hickmann und Amp-Students. Displays Yourself-Unrealized Material bei Fons Hickmann. Parallelwelten. Fons Hickmann, DGV-Gestalten Verlag Berlin, London 2000, ISBN 3-931-126-5-1-X.